ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von left for dead und wieder dabei der smoker und der roro und französ ist auch da na ne louis beute versaut ok ok ich kann mich in so einem dritten ich mach mal jetzt bisschen was fack aber ich weiß mal jetzt als wenn ich ne automatik habe, obwohl ich nur pistolen habe was ist das denn? aua sag mal stecker jetzt du bist ein drückstand nur dabei, wa? aber übelst hu, weg da hier kann man nicht noch offensichtlich durch den wald spazieren gehen und pilze sammeln wo das entzoll mit dem hafen rennt ja ALTER wieder ein undgefallen geht nicht auf was schießt du hier? oh gasmaschine 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 auf mich doch ich hänge fest ja au 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 na klar boah auch noch auf mich ja das geht ja gut das geht ja gut los bei mir hier echt oh hier sind wir die Platz cool oh rest in pieces ein Rohre werden wir auf jeden Fall noch mal finden hm hoffentlich das ist irgendwo einer mit Markenverstimmung meinst du? man hört's doch geht weiter die Gleise müssen nach vorne sein hm haa danke für die Hilfe ja Entschuldigung ich war ein bisschen umzingelt ich hab die ganze Zeit drauf gehölzt ich war irgendwie zwischen zwei Bäume erst eingeklemmt und da war ich irgendwie so an der Wand dran gekletscht ja das ist das alte Problem wenn der Tank auf der drauf steht auf der drauf steht oh shit voll der zu lang ja ähm alter Himmel ist richtig sagen wir so keine Muni mehr ja toll was kann denn da für ein Tsunami angerutscht ey das war ne Menge ne oh ja vor allem wie die alle den Felsen runtergerutscht haben ey übelst wir brauchen heutzutage schon Türen hm genau Türen sind total überwertet ach da hinten ha oh hier gibt's sogar Waffen cool das Waffenliegen hilft mir erstmal das die Waffenliegen hilft mir erstmal haa danke so egoistisch am Scherdo oh guck mal was ich hier habe aufnehmen äh wo ist denn die Witsch schmeiß das mal zu der und 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 da vorne warte muss eben Licht ausmachen äh äh wollt ja nicht so ein Ding hier mach doch mal die Tür auf ähh ich vergib so Geld Witsch kommt shit alter boah der Smoker und der und der Hunter die Klinke in die Hand gegeben äh erst hat der Smoker mich eingezogen und dann hat der Smoker losgelassen ich konnte ja dir helfen ich konnte ja dir helfen mit zu so jetzt sind wir auch noch im Haus und Medipack schön Medipack Meins? ja mit ich will auch ja komm guck mal mich an super kein Medipack ich ich hab jetzt auch keins zum wie beschenkt mit hallo 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 Das wird's mies. Das wird's uncool. War das nicht irgendwie was mit dem... Oh ja. Hier gibt's irgendwas. Pillen und Medi-Fack. Hau ab. Oh. Ich drücke mal drauf. Pillen und Medi-Fack. Oh gut, dann ist die. Oh. Oh. Wie? Ah. Ich höre. Haut ab. Haut ab. Frauen, geh nur zuerst. Ich bin eine Frau. Hallo. Oh. Das waren zwei Flaschen. Das ist der Kaste für die Explosion, Alter. Ich stande mittendrin. Ich muss noch kurz raus, der Tag. Höh. Da sind wir mal ausgucken, Junge. Ich hab auch noch da. Haut doch mal ab, Junge. Platz da. Weg, da. Ups. Ich hab nicht am Louis wieder geschossen. Höh. Hallo. Hälfte, 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 Hälfte. Hälfte, 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 Hälfte. Höh. Höh. Puber. Hier hinten? nicht schon wieder hallo helft mir mal helft ihr mal mensch was denkst dann ich muss auch irgendwann mal nachladen doch dann klaut er sich die pillen das ausschloch dankeschön das war nötig das war echt nötig doch kein arschloch habt ihr das gelesen habt ihr das gelesen was habe ich gelesen mach doch mal nötig und das wurscht komm ich mal rein cool die wir auch noch mal eins rein da hat ich noch eins seid ihr so weit Prozent und dort zack zu und auch nicht ganz gut jettet nun ganz knapp von wo ich naja alle doch ich habe auch noch draufgeholzt ich habe noch draufgeholzt ob das wie das merkt man eine Fresse Prozent Prozent ab mit diesem schönen Ergebnis war es auch schon wieder für diese Folge wird euch gefallen hat schreibt die Kommentare auch ein Abo da wenn er so nicht gemacht hat bis zum nächsten Mal die das hat die Falle